Oh mein Gott! Meine Lieblingsspielezeitschrift hat ja Geburtstag. Da muss ich unbedingt die Chefredakteur eine Aufmerksamkeit schicken. Monika, unser Standardpräsent und der Wellverpacken Deutsche Post, you know! Prost! Danke! Halt! Können Sie das noch mitnehmen? Das ist versehentlich abgegeben. Jetzt ist er weg. Hallo Herr Langer, hier ist eine Sendung aus USA für Sie eingetroffen. Ja gut, ich leg's dann zurück. Ja, klasse! Hi Mick, sag mal, kannst du ein Päckchen für mich abholen an der Rezeption? Okay, mach ich. Und das wieder kurz vor Mittagessen. Bin ich zurück, bin ich doch glatt verhungert. Ohne kleine Wegzehren schaff ich das doch nie. Mhh, lecker! Mhh, lecker! Pfff! No! Guten Tag, BPJS. Wir kontrollieren ab jetzt auch Spieleredaktionen, um Gewaltverherrlichung in den Medien im Keim zu ersticken. Da werden Sie bei uns nichts dergleichen finden. Aber bitte, wenn Sie mir folgen wollen... Hey, du Doberkasten! Jetzt rückt die Torte raus, weil Sie sagen, das gibt's doch überhaupt nicht! Boah! Das ist ja widerlich! Aber warte, du Mistding! Ich komm wieder! Wo bleibt denn der Mick nur so lange? Ich will jetzt mein Päckchen haben! Du Martin, ich hätte mal ne Bitte! Ja, mach ich! Das ist ja typisch! Einmal im Jahr gibt's Currywurst in der Kantine und da muss ich hier den Laufburschen machen! Aber nix da! Das Päckchen wird schließlich nicht kalt! Aber was ist denn das wieder? Dieses neumodische Zeugs! Das fickt's doch gar nicht! Jetzt komm, raus da! Ich hab echt Hunger! Boah! Also wissen Sie, hier bei der GameStar arbeiten nur ausgesuchte Top-Journalisten, die wirklich über jeden Zweifel erhaben sind. Okay, Jörg, bin schon unterwegs! Hallo, ist hier jemand? Such das Päckchen für einen Lager! Ah, das ist es wohl! Nimm ich das mal mit! Hm, das ist dann Anne Ellen Ripley adressiert! Was da wohl drin sein mag? Oh, was war das denn? Das bewegt sich ja! Ich muss wissen, was da drin ist! Ja, wo ist sie denn? Irgendwo hier muss sie sein! Gleich hab ich sie und dann hat sie gelacht! Tolle Mitarbeiter! Alles muss man selbst machen! Ach, da ist es ja! Vom Weißen Haus! Hm, es geht schon auf! Oh Mann, ich seh nix mehr! Wo ist dieser verflixte Waschraum? Ah ja, hier! Hier muss er sein! Ah Mann, warum kommt denn jetzt kein Wasser raus? Bitte! Das soll ich nie wieder aus diesem teuren T-Shirt raus! Meine Frau bringt mich um! Oh nein! Brieffertigkeit, Korrektheit und absolute Selbstdisziplin gehören zu den Grundtugenden unserer... Oh mein Gott! Es ist alles rot! Ich bin so gut wie tot! So, du geldgeringes Mischstück! Jetzt gehst du in den Kragen! Jetzt hast du alles gespielt! Jetzt geht's los! Ja, du warte Mühe muss doch dieses Mistding aufgehen! Das gibt's doch nicht! Herr Schaffredakteur! Geh endlich auf! Herr Schaffredakteur, ich werde ihr ganzes Magazin imitieren lassen! Ja, endlich! Ja, wo ist es denn? Ah, da ist es ja! Mann, massives Gold! Und mein Name ist ein Fabian! Danke, Mr. President! Gleich mal ausprobieren! Ups!